Yo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video auf meinem Kanal und in diesem Video zeige ich euch wie gewohnt den Fortnite Shop vom heutigen Tag. Und wenn ihr auch gerne jeden Tag den neuesten Shop sehen wollt, dann abonniert gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke, denn dann kriegt ihr jedes Video mit. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch direkt den neuesten Shop. Wir sehen schon direkt heute gibt es hier eine neue Lackierung, und zwar die himmlische Lackierung, die ist auch animiert und die zeige ich mal direkt. Wir sehen schon, die ist hier aus dem ewigen Konfliktset und ich würde sagen, ich zeige mir hier die ganzen Modelle. Und so sieht die hier aus. Und ich finde ganz ehrlich, dieses Weiß hier sieht einfach nur mega nice aus. Also ich kann hier an sich jetzt schon mal so, gar nicht mal so schlecht reden. Ja, ich finde die mega nice. Ja, auf jeden Fall ist das hier die neue Lackierung und ich finde die mega cool. Und die passt natürlich jetzt auch sehr gut zum Sakriya Skin. Das hier ist ja hier diese enge Skin, ebenfalls aus dem ewigen Konfliktset. Und ja, finde ich passt sehr sehr gut zum Skin. Der Skin sieht ja auch mega nice aus. Auf dem Rücken hat dieser Flügel hier, verdammt cooler Skin. Und es gibt ja hier noch eine Hacke dazu und zwar Tugend. Hier zeige ich mal ganz schnell den Ton. Auch eine mega coole Hacke und ich finde die neue Lackierung passt natürlich sehr gut dazu. Daneben sehen wir noch den Melkorr Skin. Das ist ebenfalls ein Skin aus dem ewiger Konfliktset. Diesmal halt nur hier dieser männliche Skin davon. Der ist ja so gesehen genau das Gegenteil davon. Der ist ja hier so ein Teufel, finde ich. Ebenfalls hier mit solchen Flügeln auf dem Rücken, die finde ich auch ganz nice. Und auch hier ist der Gift und Hacke. Und zwar ist das hier ein böser Blick. Hier zeige ich auch mal ganz schnell den Ton. Ja, ich finde allgemein, der weibliche Skin ist viel besser. Aber auf jeden Fall sind das hier die vorgestellten Gegenstände. An der Stelle könnte ich immer ganz rechts unten hier drauf drücken und einfach mal DetoTV eingeben. Würde mich mega freuen. Ist echt eine sehr krasse Unterstützung. Und vielen lieben Dank an jeden, der das Ganze macht. Jetzt komme ich schon direkt zu den täglichen Gegenständen. Ganz vorne sehen wir hier die Schattenagentin. Ein Skin, der auch schon sehr alt ist. Ist ja schwarz-rot gehalten. Ich finde diesen Look immer noch mega nice. Und das gibt es immer noch einen zweiten Skin hier. Und zwar Boxenstopp. Der Skin aus dem Royalen Rennset. Sehr simpel gehalten. Gelb-schwarzer Look. Auch verdammt cooler Skin. Darunter sehen wir hier den Hot Hot Gleiter. Das ist ein Gleiter, der echt sehr selten ist. Der ist nicht oft im Shop. Auch ein sehr cooler Gleiter. Und ansonsten ist hier noch die Kalmar Keule. Das hier ist die Hacke aus dem Weltraumforscher Set. Finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht besonders. Aber ich zeige mir hier direkt den Ton. Und dann gibt es hier immer zwei Modes. Einmal Pumpernickel. Ja, auch eher so ein lustiges Emote. Und darüber ist hier Knieklatscher. Ja, beides eher so lustige, motivierende Emotes. Ich finde beide echt sehr cool. Und auf jeden Fall ist es hier der neue Shop. Und da kommen sie jetzt hin. Dann geht's. Dann geht's. Und dann geht's vorne. Vielen Dank.